Jetzt gehts hier weiter mit dem Mienen-Card, wahrscheinlich. Oh ne, wir müssen ein Gericht über Mienen-Card machen. Ich bin doch verarscht. What the... Ah ne, ist nur eine Brücke einfach. Ich muss schnallen, du schmeißt mir alles rüber! Nicht nur, dass der... Nicht nur, dass das... Äh, ja stimmt. Ich komm schon mal Reis. Oh Gott. Okay, das ist... Das ist was passiert. Nein, scheiße! Reis ist fertig. Ich mach mal Händchen. Okay, sehr. Okay, jeder hat seine Aufgaben aber für ein bisschen Halt. Okay. Fakt ist mich runtergespeint. Reis! Ja, Reis liegt dann noch. Gut. Komm schon. Äh, Teller. Er ist raus. Gut. Er ist raus. Gut. End. Rito. Wir sind wieder fertig. Wir haben hier unten... Burrito. Ein weiteres mal Reis. Einmal Burrito-Tasche, bitte. Gut. Aber fuck, jetzt hab ich dir... Ich hab's geworfen und dabei hab ich ein Johannes getroffen, sorry. Händchen! Ich brauch Händchen! 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 Ich brauch Händchen! Hier drüben! Noch mehr Händchen! Ich brauch Händchen! Ich brauch Händchen! Ja, 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 gleich! Wir müssen erstmal rausbringen. Ich hör mich schon selbst drum. Hier liegt noch eine Burrito-Tasche. Ja, dir glaubst du nicht, war. Das ist egal. Ich brauch nen Reis! Okay, wir brauchen nen Reis, dann wirft nen Reis rüber. ich bin nicht da gestorben ich bin auf meiner kamera wir brauchen eigentlich mit hähnchen wir brauchen mehr ja ja ok ok nicht die nehmen leider wir haben erstmal geschnitten wir haben erst mal zwei stelle also das wechseln habe ich kein problem mit dieser abrunde die ist auch ein bisschen laggy teilweise jedenfalls sah es bei mir ständig so aus als ob ich durch den boden gefallen bin ja die brücke war echt fies merkst du es auf der bock auf die Brücke wir haben zwei Sterne also drehen es dreht sich was ach du scheiße immer dieses Hubkonzert auch war schneller ok Fleisch kleinschneiden du müsst das Fleisch nicht braten doch wahrscheinlich doch richtige Buns gebratene Patties das sind die gebraten ach du scheiße hier Fleisch schneiden wir sollten darauf achten wie wir uns positionieren ich bleib hier auf der Seite bevor der dreht da sollten wir echt drauf aufpassen hier ist Käse äh ja wir müssen ich hab hier Burger ach vergisst er die Burger müssen wir nicht da müssen wir nichts machen ähm shit auf den Teller das wäre jetzt ungünstig nicht wir brauchen nur Burgerfleisch wir brauchen noch Buns wir brauchen Buns ich hab da steht doch einer fertig abholbereit ja nein der ist mit Käse den du fertig hast ja wir wollen kein Cheeseburger gerade so jetzt kann der raus mit jetzt kann der Cheeseburger raus gut gut das mit dem werfen ist halt nicht klassisch ja das ist echt geil gut sonst wir müssen halt aufpassen dass jemand immer in den Praxisten steht jo gut da sind Teller so Teller bauen wir weich weich ich spür den hier wieder gut wir brauchen einen mit Käse äh Käse ist fertig gut auf den Teller Buns hier kommt mit 20 Stücken gut ja da ein Fertiger du kannst du kannst den auch schon raus geben der ist du nicht der der ist eigentlich das nicht so aber ey jetzt werde ich jetzt werden wir essen beworfen die Pfanne steht da ungünstig ok ja jetzt bist du jetzt kann ich die auch nein kann man hier aus nicht spülen wanz wir brauchen wanz ja ok 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 einmal einmal kurz abgespült jetzt kommen wanz ich spiel weiter ab da könnt ihr schon war noch nicht fettig Fleisch hier schmeißen auf du hast ja schmeißen jetzt hab ich dir's jetzt hab ich's geschmissen so wie ne Küche üblich schön ein Hinterkopf so der kann raus muss gewaschen werden gut ey da wollte ich gerade behalt den Käse bei dir der noch nicht geschnitten ist du Idiot nein nein wir brauchen banz nein fuck mach den bürger endlich fertig das ist einer ja hab ich ja bring den bürger raus ok bürger machen können wir offenbar wenn doch nichts anderes aber ich werde spiel ab schlechs käse scheiße nein 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 Oh, Pugelkappt. Wir brauchen einen nur... Fleisch! Käse! Ja, Käse kannst du ja auch nehmen erstmal. Wir brauchen mehr Fleisch! Fleisch! Ey, ich werf den Fleisch noch nicht zurück, ey. Jetzt hab ich den Zeller wegen dir genommen. Die ist so gartig. Wir haben... Wir haben alles rausbekommen und... Ah, fuck it! Schade. Können wir nochmal versuchen? Nochmal versuchen, oder? Egal. Ja, mach mal. Ja, das hat Spaß gemacht. Fleisch! Wir brauchen Fleisch! Wir brauchen Fleisch! Na ja, wir benötigen Fleisch. Unsere Fleischvorräte sind nicht genügend. Nein. Sein Name ist schon, ey. Wir schwinden da hin. Okay. Okay, okay, okay. Fleisch! Ich brauche Fleisch! Fleisch! Ey, werf das doch nicht zurück, ey. Das sollt ihr schneiden. Das ist die Seine Tatsache. Nicht zurückwerfen. Ich brauche mehr Fleisch! Nein, ihr braucht gar kein Käse gerade. Dann Banz! Wir brauchen Banz! Banz! Wir brauchen Banz! Noch ein Banz! Käse! Jetzt brauchen wir Käse! Käse! Ja, da war Fleisch wie bei auf den Käse! Kann mein Käse! Da war Fleisch wie bei auf den Käse, sorry! Au! Los, an den Hinterkopf! Ah! Ja, ich hatte da eben einen Banz, aber der ist irgendwie verschwunden danach. Ja! Mann, warum ist das denn? Das ist doch das Ende-Taste! Hier ist ein fertiger Banz, da! Hier ist nochmal Fleisch und Käse! Wir brauchen geschnittenes Zeug gerade erstmal. Ja! Ah! Ja, sagt mir, was ihr geschnitten braucht! Oh! Ich wasch mal schon mal! Du das! Ah! Pack das noch in die Pfanne! Banz! Gut! Nicht ein Banz einfach so hinstellen, das braucht doch keiner! Ihr könnt dann da hinten das Fleisch dann aber zufügen, wenn es noch nicht fertig ist! Ja, jetzt kommen die Teller, die muss sich halt nur abwaschen, dadurch, dass die Banz halt gebraucht waren! Gehen wir dann! So, wir brauchen Aluren-Berger mit Fleisch! Gut! Der ist ein Bann! Abwasch! Au! Gerade! Ja, tut das doch alles gerade! Abwasch! Wir brauchen! Da ist kein Abwasch gerade! Achso, da unten sind die dreckigen Teller! Bei mir waren keine dreckigen Teller, war das Problem! Doch! Auf wasch! Auf dem Counter, Mann! Dreckige Bild! Da! Da! Den Burger zu... Die Teller benötigt! Fleisch! Alles Käse hier! Gut! Hier ist Fleisch! Hier ist Fleisch! Käse braucht ihr hier auch nochmal! Abon! Es reicht jetzt! Nein! Es reicht erst, wenn ich sage, dass es reicht! Komm, sag ich, dass mir Gitta Suizid ist! Sollte mir zu denken geben als Arbeitgeber! Genau! Fuck it! Ich habe zu viele Banns gerade! Ich kann auch von dieser Seite abwaschen! Ey, die Pfanne steht da ungünstig die eine! Warum habe ich Fleisch in der Hand? Banns, wir brauchen Banns! Und da oben steht noch eine Pfanne! Banns! Oh! Es gibt keinen Teller! Wofür brauchen wir Banns? Da unten! Ich stelle die Teller ab! Gut! Jetzt kriege ich hier... Das ist ja wieder zu! Jetzt kann ich die Teller waschen! Ein... Ein Hamburger kann raus! Ich stelle mal Banns! Ich stelle mal Banns! Bann fertig! Los, ein Bann! Los, ein Bann! Los, komm! Den müssen wir noch rausbekommen, da haben wir die 3... Wir haben die 3 Sterne! Wir haben die 3 Sterne! Das ist alles, was zählt! Boah ey, was für ein Bullshit! Ach, da geht's! Ah ne, wir müssen zurück zum König! Back to Onkelchen! Dieses Hubkonzert, ey! Denkt dran! Jeder hat seine Rolle! Was hat er tun? Ja, ich weiß! Falls noch ein Charakter dazu kommt... Mein tapferen Köche! Ihr seid wohl auf! Kevin hatte nicht gedacht, dass ihr es schaffen würdet! Was? Aber wieso? Ich habe immer an euch geglaubt! Und seht nur, wie viel ihr gelernt habt! Nicht nur euer Ballon steigt höher und höher! Aber es gibt noch so viel zu tun! Die Unbroten werden von Minute zu Minute hungrier! Vielleicht lässt sich in den seltsamen Landen im Osten etwas finden, was ihren Appetit gerecht wird! Allerdings gibt es über dieses Land ein paar Gerüchte, viele Mythen und Legenden! Traut ihr euch das zu? Ja wirklich? Oh, ihr tapferen Topfschwenker! Bleibt auf jeden Fall zusammen! Und denkt daran, dass im Zielbereich nicht alles so ist, wie es scheint! Der Hund wird langsam K.O. Ich hatte nur eine Leimdiesel! Ich hatte nur eine Leimdiesel! contacteddamasin, die Aufmerksamkeit ganz gl fez!